Es ist soweit, der Lüfter von Raspberry Pi 5, den kann man jetzt selber steuern und damit die Stufen einstellen, wann der wie stark laufen soll. Wie das funktioniert, das zeige ich dir in diesem Video. Ja, dass der Raspberry Pi 5 besser einen Lüfter und einen Kühler haben sollte, das habe ich hier schon mal in einem eigenen Beitrag vorgestellt. Da sind auch Messungen drin, wenn du da noch ein bisschen unsicher bist, hier weiter unten habe ich es drin, genau, da kannst du das mal angucken. Denn, darum soll es jetzt nicht gehen, sondern wir gucken uns jetzt an, wie man den anpassen kann. Nämlich, der hat ja verschiedene Stufen, das habe ich hier in dem Beitrag zum Montieren ganz am Ende mal beschrieben. Nämlich gibt es hier einmal die 50 Grad als Grenze, der bleibt da aus, ab 50 Grad mit 30% Leistung oder Geschwindigkeit und ab 60 Grad dann 50% und so geht das weiter hoch, bis er dann bei 75 Grad auf voller Drehzahl ist. Am Ende dieses Beitrags zur Montage habe ich auch später einen Absatz ergänzt, was bisher möglich ist zum manuellen Steuern vom Lüfter. Das hat nämlich jemand von euch in der Community gefragt. Da habe ich mal geschaut, welche Möglichkeiten es gibt und die sind leider, ja, ziemlich eingeschränkt. Also man kann im Endeffekt dauerhaft bloß sagen, Lüfter volle Leistung, also permanent auf 100% oder Lüfter aus. Alles andere wird von der automatischen Steuerung behindert. Was man auch machen könnte, wäre manuell per PWM, also wirklich komplett den Lüfter von Hand regeln. Das ist ein bisschen aufwendiger und deswegen finde ich die neue Variante, die ich jetzt gleich vorstelle, wesentlich besser. Das geht jetzt mit dem neuen Linux 6.1.71-Körner. Hier hat man nämlich eine Feature-Anfrage gemacht, ein Feature-Request, dass man diese Werte, die ich hier gerade eben gezeigt habe, dass man die anpassen kann. Diese Änderung ist noch recht frisch. Der Pull-Request, der hier diese Code-Änderungen in den Körner einfließen lässt, der wurde erst am 4. Januar 2024 erstellt. Inzwischen sind die Tests schon abgeschlossen und man hat das Ganze über die APT-Pakete verteilt. Dort bekommt ihr das Raspberry Pi OS-Körner-Updates auch in laufenden Hauptversionen im Gegensatz zur Basis-Debian. Da das Ganze noch recht frisch ist, könnt ihr einmal auf eurem Raspberry Pi mit Anne-A gucken. Welchen Körner habe ich denn da eigentlich? Das ist hier der 6.1.73, das heißt hier habe ich das Update schon installiert. Ansonsten müsst ihr mit sudo apt-update einmal die Paketquellen aktualisieren und anschließend dann mit sudo apt-upgrade die Pakete, die dann hier aufgelistet werden, welche man aktualisieren kann. Die kann man sich hier mit apt-list-upgrade-Able auch erst einmal angucken. Da ist dann ein Linux-Körner-Abbild dabei und wenn man das aktualisiert, bekommt man den neuen Körner, der jetzt bei mir schon vorbereitend installiert wurde. Konkret ist das, wenn wir hier mal kurz gucken, dpkg-l und zwar heißt das Paket Linux-Image und wird dann entsprechend vom Raspberry Pi angepasst. Das ist ja ein angepasster Körner. An der Stelle noch der kleine Hinweis, wenn ihr mit dem Imager flasht oder auch von Hand die Images auf der Raspberry Pi Homepage herunterladet, dann werden diese Images nicht ständig aktualisiert, sondern immer nur alle paar Monate. Das seht ihr hier zum Beispiel am Veröffentlichungsdatum. Das aktuelle Raspberry Pi OS 12-Image zum Beispiel ist also vom Dezember 2023, das heißt während ich jetzt hier dieses Video mache, schon über zwei Monate alt. Wenn ihr also frisch ein Image installiert, dann müsst ihr, wie ich gerade gezeigt habe, erst einmal die Pakete aktualisieren, weil ihr hier noch einen älteren Körner bekommt. Diese neuen Parameter, mit denen wir das jetzt kontrollieren können, die werden in der config.txt eingestellt. Das heißt, wir gehen hier mit sudo rein und zwar mittlerweile slashboot-firmware-config.txt. Das ist der neue Pfad. Wer da jetzt verwirrt von ist, der kann sich mal meinen letzten Beitrag oder auch das letzte Video angucken. Hier habe ich nämlich das Ganze mal genauer beschrieben. Das wurde nämlich mit dem Raspberry Pi OS 12 von slashboot in slashboot-firmware verschoben. Das betrifft auch andere Daten, wie zum Beispiel die cmd-line.txt. Ich habe das hier auch ausführlicher gezeigt, was die genau machen. Die Config.txt ist hier im Wesentlichen eine Art BIOS-OEFI-Ersatz. Das heißt, hier wird dann so etwas Hardware-Nahes definiert. Und hier findet ihr auch mehr Infos, warum das Ganze geändert wurde, was hier die Konsequenz ist, weil hier war auch eine symbolische Verknüpfung von diesem alten Pfad. Das lag nämlich jetzt zig Jahre lang direkt in slashboot zum jeweils neuen Pfad drin. Und die ist jetzt vor kurzem mit diesem Update rausgeflogen. Aus diesem Grunde müssen wir jetzt den neuen Pfad verwenden. Das war beim Vorgänger beim Raspberry Pi OS 11 noch nicht so. Doch wir sind ja beim Raspberry Pi 5 und der unterstützt nur mindestens Raspberry Pi OS 12 oder höher. Das heißt, hier sind wir immer in slashboot und slashfirmware. Das heißt, wir machen die hier auf mit sudo und einem Texteditor von eurer Wahl. Ich nehme hier vim. Und damit das ein bisschen hübscher aussieht, machen wir hier mal noch set syntax gleich ini. Das ist das hier, diese Schlüsselwertpaare, dass man die besser erkennen kann. Dann gehen wir hier ans Ende runter und fügen hier jetzt einen Bereich, also eine Gruppe all ein mit so eckigen Klammern. Da kommen jetzt unsere Werte rein und zwar jeweils als Parameter. Das heißt mit dtparam gleich. Und das kopiert ihr am besten aus meinem Portalartikel. Da habe ich euch hier schon mal ein Beispiel vorbereitet, um das zu demonstrieren. Das Beispiel hier ist jetzt keines, das ihr im Alltag nutzen werdet, sondern eher zur Demonstration, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Das sieht wild aus, aber keine Sorge. Wir schlüsseln auf, was macht das Ganze hier? Wir haben hier einmal Fantemp 0 bis 3. Das sind die einzelnen Stufen, also 0 ist die erste Stufe. Ich kann es euch hier nochmal zeigen. Die erste Stufe heißt hier ab 50 Grad in dem Fall. Das ist die zweite Stufe. Und hier wird halt immer mit Index 0 gezählt. Also hier die erste Stufe wäre 0, zweite Stufe 1, dritte wäre 2 und die vierte ist dann die 3. Ich habe hier auch immer so einen Absatz reingemacht, dass ihr sehen könnt, dieser Block hier ist jetzt Stufe 1, der nächste Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4. Fangen wir mal oben an mit der ersten Stufe. Der erste Parameter, also Fantemp 0 gleich. Und dann diese Zahl hier ist der Grenzwert, ab dem diese Stufe greifen soll. Das Ganze wird in Millicelsius angegeben, das heißt Celsius, wie wir es vom Sommer her kennen, 30 Grad im Sommer, um den Faktor 1000 multipliziert. Das heißt, wir haben hier 30.000, durch 1000 gibt 30 Grad. Also diese Stufe hier greift jetzt ab 30 Grad. Hüst, beim nächsten Parameter, ist hier die Abkürzung für Temperaturhysterese. Damit meint man die Differenz zwischen der Ein- und Ausschalttemperatur. Konkret geht es da drum, wann soll der Lüfter wieder ausgeschaltet oder reduziert werden, wenn er aus dieser Stufe rauskommt. Das soll verhindern, dass wenn der jetzt zum Beispiel hier in Stufe 2 60 Grad, wenn es da ständige Wechsel gibt, was ja durch Temperaturschwankungen schnell passieren kann, dass er bei 59 Grad nicht runterregelt oder hier bei 29 Grad ausschaltet, dann bei 30 direkt wieder ein und so ständig ein- und ausgeht. Das ist ja auch für den Motor nicht gut. Deswegen ist hier im Standard festgelegt, man hat 5 Grad Differenz. Bedeutet, wenn er jetzt bei 31 Grad einschaltet, dann wartet er 5 Grad Differenz ab, bis es eben um den Wert zurückgeht, bevor er wieder einschaltet. Der letzte Wert, Speed, gibt auf der PWM-Skala von 0 komplett aus bis 255 volle Leistung an, wie stark der Lüfter drehen soll. Die 200 hier sind 80 Prozent und das werdet ihr hören, das ist Sinn der Sache. Ich möchte nämlich hier euch erstmal demonstrieren, dass das Ganze funktioniert. 30 Grad hat der im Leerlauf, das heißt, der wird dann komplett mit voller Leistung durchlaufen und ihr könnt so merken, dass das funktioniert. Die nächsten Gruppen sind jetzt bloß noch Abstufungen. Die machen hier jetzt im Grunde keinen Sinn. Es geht bei dem Block jetzt erstmal darum, umzugucken, dass es funktioniert. Hier würde der jetzt in der nächsten Stufe bei 60 Grad runterregeln. Das macht im Alltag keinen Sinn. Dafür habe ich euch ein zweites Beispiel, das wir uns jetzt mal kurz angucken. Hier habe ich also die Einstiegsschwelle auf 35 Grad runtergesenkt. Wir erinnern uns hier, ab 50 Grad sagt es der Standard. Und zwar mit 75, das heißt, wir haben hier etwa 30 Prozent Leistung und so hat die Stufen alle ein bisschen nach vorne geholt. Das könnt ihr nun anpassen, wie ihr möchtet. Wenn ihr fertig seid, einfach abspeichern und mit Sudo Reboot einmal neu starten. Ab dann sind die wirksam. Finde ich sehr schön, dass man das mit dem Update jetzt selber anpassen kann. Für viele sind die Standwerte wohl schon sinnvoll, aber wir sind ja in einer Branche, wo viele eben das Ganze selber anpassen möchten an ihre Bedürfnisse. Drum ist das gut, dass man das jetzt ganz einfach machen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Projekten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.